Der erste Vorbote des Winters ist da, und zwar dieser blaue Vogel, der gerade weggeflogen ist. Und, was sagt der Thermometer? Das Thermometer sagt, es wird schneien. Tag 21 haben wir auch mittlerweile. Es ist immer so, der Tag, wo dann Regen anfängt, Schnee anfängt, und ich sehe gerade, wir können so nicht in die Welt hinaus. Nein, wir müssen uns wieder rasieren. Das geht nicht anders. Das kann man jemandem zumuten. Wir haben Essen im Petto, wir haben alles andere vergessen natürlich mitzunehmen. Ist immer wunderbar, praktisch. Super vorbereitet bis zum Gehtnichtmehr, und ich hoffe, ich renne in die richtige Richtung. Naja, fast. So. Häschen habt ihr denn hier was? Da ist auch schon wieder eine Spur, der ich eigentlich auch direkt nachgehen könnte dann. Hier könnte ich eine Falle stellen. Da kann ich Fallen stellen. Und, oh mein Gott, ein Mensch, er hat uns gesehen, dass wir nackt hier rumlaufen, nur mit Fell gekleidet, oh mein Gott. Ah, ich habe noch eine Falle, okay, schön. Direkt mal ausnutzen, dass hier Bären sind. Ähm... Da sind auch mal Bären. Noch eine Falle, die will ich loswerden hier. Oh mein Gott! Wie cool ist das denn? Da sind Pinguine rausgekommen. Oder so. Ich würde hier angreifen, wenn ich nicht diesen Wettbewerb hätte mit Felix. Oh mein Gott, seid ihr awesome. Oh nein, die attackieren mich alle. Naja, ein paar. Oh mein Gott, tu das nicht! Das war keine Absicht! Ich kann euch Gold geben! Oh, perfekt. Die hauen ab. Geht mir bestimmt auch irgendwie Fisch oder sowas. Ich wette es. Ähm, ich werde noch eine Falle hier einfach hinstellen. Ich könnte eigentlich einen so abschirmen. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Ich bin sowas von erschreckt. Los, weg, 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 weg. Geh weg, geh weg, genau, in die Flecke der Richtung. Genau, ja, brav. Brav, brav, geht weg, geht weg. Weg. Genau, ein bisschen abseits hier. Nein. So, genau, genau, genau. Er ist tot. Und hat nichts hinterlassen. Buhu! Also, es bringt nichts, Pinkuine zu töten. Wohu! Die hinterlassen ja Eier! Öh! Ja, die greifen mich an, ne? Ja, die wollen halt die Eier schützen, ne? Ja? Nee? Keine Ahnung. Nee, die gehen doch weg. Ey, die haben die Eier einfach mitgenommen. Ey, spuck die Eier wieder aus! Och, Mann. Ah, wie cool ist das denn jetzt? Gibt's Pinkuine? Das haben wir voll cool gemacht. Und ich hab vergessen, wo die Spur... Ah, da lag die Spur, genau. In die Richtung. Oh, ja, klar. Oh, ja, klar. Das ist mal, wenn man sich zu zweit einen Steam-Account teilt. Wenn man den anderen sagt, man ist online, damit man ja die Karten kriegen kann, auf die er gerade so steht. Dann sowas. Jetzt müsst ihr damit leben, dass das die ganze Zeit da oben im Bildschirm zu sehen ist. Und ich seh natürlich nicht, wie viel Wurz ist dadurch! Toll. Ich hab die Spur aus den Augen verloren. Ah, ich mach einfach hier ein Nachtlager. Ich werd auch mal was essen. Und komplett Fleisch, nur so gebraten. Macht das ganze Leben wieder gut. Joa, ich weiß nicht, ähm, ich glaub noch ist es Abenddämmerung. Ach, da ist die nächste Spur, okay. Irgendwie war's grad im Moment dunkel. Das ist... Oh, scheiße, jetzt ist das Feuer auch noch ausgegangen. Toll. Weil ich kein Gras mehr hab. Genau, warum hab ich kein Gras mehr? Weil ich mir Fallen gelegt, äh, gemacht hab. Ich hasse Regen, ich hasse es. Ach, da sind die. Ist immer noch Abenddämmerung, ne? Toll, jetzt weiß ich... Seh ich das ja nicht jetzt. Wie ich sowas liebe. Naja, dann werd ich die Aufnahmesession halt nach dem Part beenden. Ich glaub, jetzt ist es Nacht. Hab ich so das Gefühl. Bin mir noch nicht ganz sicher. Die Heseln werd ich ja später umbringen. Ah, ich werd einfach den Part jetzt beenden. Weil ich kann hier einfach nichts machen. Und ich wüsste nicht, was ich jetzt doof reden soll. Und, ähm... Ich muss mal endlich dafür sorgen, dass mein galtiger Zustand wieder besser wird. Naja. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Oh, Gott sei Dank, es hat aufgehört zu regnen. Und jetzt fängt's an zu schneien. Ja, wir haben doch noch in diesem Part unseren ersten Schnee. Das heißt aber wirklich im nächsten Part direkt nach Hause. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss. Eure Tai. Bei.